Hallo zusammen zu einem neuen Video zu eurem digitalen Büroassistenten. In diesem Video geht es um das Webseiten-SEO. Dazu geht ihr bitte auf eure Webseite. Ich nehme jetzt einfach mal unsere, weil wir natürlich noch keine andere erstellt haben. Hier geht ihr auf Bewerben und hier seht ihr SEO optimieren. Da klickt ihr drauf und da könnt ihr schon mal sehen, was ich angelegt habe. Ich habe dem also einen Titel gegeben, Arbeite leichter und schneller, dein digitaler Büroassistent. Und hier seht ihr auch schon, wie das dann in Google ausgeworfen wird. Der Text, den könnt ihr hier auch optimieren und eingeben. Und dann seht ihr auch gleich, wie viel angezeigt wird und wie es dargestellt wird. Dann könnt ihr Schlüsselwörter eingeben. Ich habe jetzt einfach verschiedene Wörter eingegeben, die in dem Text vorkommen. Ihr seht hier, das C steht für Content. Dann ist die Überschriften, seht ihr auch noch, dass ihr sagen könnt, okay, ihr seht, wo das Ganze, die Wörter, die Häufigkeit, in der es in dem Text vorkommt. Es werden euch hier auch Wortvorschläge gegeben, die ihr noch nutzen könnt, um die anzulegen. Also praktisch jetzt in dem Fall verkaufen. Das hätte ich jetzt aber nicht angelegt. Also das habe ich nicht im Text und deswegen würde ich es auch weglassen. Ihr könnt ein unterschiedliches Image dazu anlegen. Dann seht ihr auch hier nochmal, wie das Ganze mit Bild angezeigt werden würde. Ich habe mich jetzt einfach für das Bild entschlossen, weil ich finde, dass das am aussagekräftigsten ist zu unserer Webseite. Dann geht ihr einfach weiter zur nächsten Seite. Macht hier Beispiel Büro auf. Dann seht ihr hier wieder SEO optimieren. Dann hier wieder einen anderen Text. Denkt bitte daran, dass ihr immer unterschiedliche Texte, unterschiedliche Schlüsselwörter benutzt. Ihr könnt hier auch, je nachdem welche Seite, ich zeige euch dann gleich nochmal, es sind ja Deutsch und Englisch angelegt. Dann kann ich euch das gleich mal zeigen, wie unterschiedlich das dann ist. Ich klicke das mal weg. Ich kann hier oben auf Englisch gehen. Dann, wenn ich dann auf SEO gehe, kann ich hier meinen englischen Text eingeben. Das heißt, es ist ganz praktisch, weil ihr so für beide Seiten, für beide Webseiten und Sprachen unterschiedliche Texte anlegen könnt, Suchwörter angeben könnt und so auch gezielt eure Kunden ansprechen. Ihr seht, wie gesagt, hier genau, wie es dargestellt wird, jede einzelne Seite. Und könnt euch damit dann schon ein Bild machen, wie ihr wirkt, ob der Text komplett angezeigt wird und ob eure Darstellung auch ansprechend aussieht. In einem weiteren Video zeige ich euch dann noch über einen Google Analytics Account und Analytics und Besuche direkt auf der Webseite. Also bleibt dran, schaut euch das nächste Video an. Bis gleich. Bis gleich.